Wo wirst du als Rentner im fortgeschrittenen Alter leben? Das ist eine Zuschauerfrage, die wir uns heute mal in diesem Video anschauen. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus Thailand. Wie ihr sehen oder hören könnt, regnet es heute bei mir. Und ja, eigentlich gerade das beste Wetter für so ein entspanntes Video, wo es um das Rentenalter geht. Beziehungsweise, was ich mache, wenn ich dann ins fortgeschrittene Rentenalter komme. Ja, wie gesagt, es handelt sich hierbei um eine Zuschauerfrage. Er hat aber noch ein paar Punkte aufgeführt. Unter anderem, dass es ja in Thailand teilweise sehr schwierig ist, eine Krankenversicherung zu bekommen, wenn man im fortgeschrittenen Alter ist. Dann auch Verständigungsprobleme. Im Weiteren weiss man ja auch noch nicht, wie die Kosten in Zukunft sein werden. Und gibt es allenfalls auch noch die Option, Thailand zu verlassen, ob das für mich in Frage käme. Beginnen wir mal von vorne. Ich bin grundsätzlich aktuell mit meiner Lebenssituation so weit, dass ich sage, dass ich, wenn alles so bleibt, wie es aktuell ist, bis an mein Lebensende in Thailand bleiben möchte. Es ist natürlich klar, dass wenn da irgendwie mal was geschehen sollte, familiär, Todesfall etc., dass man das Ganze neu beurteilen müsste. Aber so, wie es jetzt läuft, ist Thailand für mich schon der absolute Favorit. Und ich gedenke auch nicht, Thailand zu verlassen. Dann die weitere Frage, die sich natürlich auch stellt, irgendwann ab einem gewissen Alter wird man nicht mehr so fit sein, um halt auch so ein Anwesen, wie wir es hier haben, unterhalten zu können. Also sei es körperlich mit dem ganzen Garten und vielleicht auch die Grösse des Hauses, Treppen etc., nicht mehr so gut, Treppen steigen und, und, und. Da gibt es natürlich auch Lösungen. Man könnte hier auch für wenig Geld kleinere Fahrstühle, Rolltreppen etc. einbauen. Es gibt Leute, die man anstellen kann, Pflegepersonal. Es gibt Gärtner, die man beschäftigen könnte und, und, und. Das ist natürlich auch alles eine finanzielle Frage. Aber wenn ich so ein bisschen vergleiche mit den Nachbarn oder mit den Teis, die hier in der Umgebung leben, das ist ja mehrheitlich sind das ältere Leute, also ich würde jetzt mal sagen so 70 plus, die halt bis an ihr Lebensende irgendwo in einem kleinen Häuschen leben und halt dann ab und zu auch von den Kindern besucht werden und so Unterstützung haben. Unabhängig vom Wohnort werde ich versuchen, so lange wie möglich im Eigenheim zu bleiben. Es kann gut sein, dass ich hier bleibe, wo ich jetzt bin, aber es ist ja auch gut möglich, dass vielleicht in ein paar Jahren mal der Wohnort gewechselt wird. Das kann man ja jetzt auch noch nicht voraussehen. Aber grundsätzlich ist es in Thailand nach wie vor sehr einfach und auch günstig an Eigenheim zu kommen, jetzt im Vergleich zur Schweiz. Und deshalb ist schon das Ziel, möglichst lange in einem Eigenheim zu leben. Und dann kommt dann eben die Frage auf, ob es am Schluss eine Pflegerin sein wird, die einen zu Hause pflegt. Da ist halt auch noch die Frage, bis zu welchem Grad, bis zu welchem Alter. Ich tendiere hier eher so, dass ich mir jemanden ins Eigenheim hole für die Pflege, solange ich selber noch laufen kann und auch noch ein bisschen was erledige, selber erledigen kann und nicht zu 100% auf Pflege angewiesen bin. Und sollte es dann so weit kommen, dass man wirklich auf Pflege angewiesen ist, also dass die Pflegekraft jeden Tag hier sein müsste, dann ist es für mich Zeit, in ein Alters- und Pflegeheim zu gehen. Auch hier kam die Frage auf, würdest du zurück in die Schweiz, in ein Alters- und Pflegeheim oder in Thailand bleiben? Und da ist die Antwort ganz klar in Thailand. Ich meine, warum soll ich zurück in ein kaltes Land mit Winter etc., wo man die meiste Zeit seines Lebens in vier Wänden eingesperrt ist, wenn man so möchte, wenn man in Thailand ja das beste Klima hat und vor allem, was mich halt hier sehr interessiert oder was ich hier extrem gut finde, sind diese riesigen Altersresidenzen, wo man so Einfamilienhäuser ja kaufen kann oder auch Wohnungen und dann hat man dort eine riesige Anlage, wo man schwimmen kann, wo man auch ein bisschen Fitness machen kann, sollte das noch gehen. Es gibt Restaurants, man kann mit dem Shuttle-Bus an den Strand gebracht werden und, und, und. Also das ist natürlich hier eine ganz andere Lebensqualität als jetzt irgendwo in einer Altersresidenz im kalten Europa. Ja, das hört sich zwar alles gut an, aber am Schluss wird es auch eine Preisfrage sein, denn ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, Altersresidenzen in Thailand sind nicht gerade günstig. Aber wer ein Eigenheim in Thailand hat, jetzt auch zum Beispiel in meinem Falle, der hat ja dann auch die Möglichkeit, sollte es soweit sein, das Eigenheim zu verkaufen. Ist ja schliesslich auch Kapital drin in Grundstück und Haus und dann halt mit dem Geld, vielleicht muss man noch ein bisschen draufbezahlen, kommt natürlich dann auf die Altersresidenz an, aber damit dann halt sich ein Plätzchen in einer Altersresidenz sichern. Altersresidenzen in Thailand heisst nicht immer, dass man was kaufen muss, Wohnungen oder Häuser, sondern man kann dort auch mieten. Aber ich denke, dass es auch in Zukunft weitere Altersresidenzen geben wird in Thailand, die gebaut werden. Vielleicht gibt es dann auch etwas mehr Konkurrenzkampf und die Preise kommen etwas runter, denn zurzeit finde ich gewisse Projekte schon immens teuer und da ist sicherlich noch sehr viel Spielraum preislich nach unten. Was man bei einer Altersresidenz auch beachten muss, es gibt ja sehr viele deutschsprachige Altersresidenzen, wo auch die Preise teilweise halt, wie gesagt, etwas höher sind. Es gibt aber auch noch diverse Altersresidenzen von Menschen aus den USA, Australien oder Skandinavien, wo die Preise wesentlich günstiger sind und da ist halt dann auch die Frage, ob man das möchte. Bei einer Altersresidenz ist halt auch die Community wichtig. Deshalb tendieren sehr viele deutschsprachige in eine deutsche Altersresidenz oder Schweizer Altersresidenz, weil dort halt dann auch die Leute sind, die die deutsche Sprache sprechen und man so halt auch nicht der Gefahr ausgesetzt wird, zu vereinsamen. Ja, wichtig ist am Schluss sicherlich auch die medizinische Versorgung beziehungsweise ob man im Alter dann auch eine Krankenversicherung sich leisten kann in Thailand. Ich gehe davon aus, dass bis ich so ein alterer Reich ist, sagen wir 70, 80 Jahre, wo ich dann vielleicht pflegebedürftig bin, dass sich da in Sachen Krankenversicherungen viel getan hat in Thailand. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, also ich habe noch 30 bis 40 Jahre, bis es soweit ist. Thailand entwickelt sich sehr schnell. In einigen Bereichen gibt es auch massive Verbesserungen und ich gehe davon aus, dass eben wie gesagt in 30 bis 40 Jahren auch diese Probleme gelöst werden. Ja, und dann kommt noch die Frage, ob es vielleicht dann auch ein anderes Land sein könnte. Und klar, lasse ich mir diese Option offen. Und das würde ich euch auch anraten. Also ich kenne einige Rentner, die jetzt auch schon mehrere Jahre in Thailand gelebt haben, sehr zufrieden waren, dann haben sie halt so plus minus das 70. Altersjahr erreicht, haben gemerkt, dass sie Probleme bekommen mit der Krankenversicherung, sich da halt auch nicht mehr so wohl gefühlt haben und dann halt wieder nach Europa sind. Also grundsätzlich vielleicht aus der Schweiz und Deutschland kommen, aber dann halt gesagt haben, hey, Spanien, Portugal gefällt mir auch sehr gut oder Griechenland und sind halt dann in die wärmeren Regionen Europas und leben jetzt dort. Also das ist natürlich auch eine Option, die ich mir offen lasse. Wobei ich denke, dass diese Option für mich dann eher schwierig sein wird, weil wenn du, jetzt rechnen wir damit, dass ich bis 60, 70 in Thailand bleibe, dann gefühlt, wie lange bin ich jetzt in Thailand? Zwölf Jahre plus nochmals etwa 30, ja, dann bin ich über 40 Jahre in Thailand und dann nochmals in ein anderes Land, zum Beispiel Spanien oder Portugal. Einfach nur, ja, weil dort die Krankenversicherung etwas einfacher ist, dann muss man sich auch überlegen, ob man das im Alter noch mitmachen möchte. Da gibt es ja auch in Südostasien einige Möglichkeiten, die nicht allzu weit weg liegen und halt auch vielleicht von der Kultur et cetera ähnlicher sind, also zu Thailand als jetzt Spanien, Portugal oder was es sonst noch alles gibt in Europa. Und für die Zuschauer, die auch schon gefragt haben, ob Thailand eine gute Option sei für eine Altersresidenz, meiner Meinung nach definitiv, ja, aber ich würde vielleicht als Thailand-Neuling, in Anführungszeichen, nichts kaufen, sondern zu Beginn nur mieten. Diese Option gibt es ja bei vielen Altersresidenzen, dass ihr dort einfach mal eine Wohnung mieten könnt, mal ein paar Monate bleiben und dann halt auch seht, ob dieser Platz was für euch wäre. Vielleicht habt ihr auch schlechte Erfahrungen dann, die ihr macht oder auch sehr, sehr positive. Wie gesagt, es gibt hier eine grosse Auswahl an deutschsprachigen Altersresidenzen in Thailand und die meisten, die halt dann auch was gekauft haben und gute Erfahrungen gemacht haben, die berichten immer davon, dass sie zuerst gemietet haben und erst dann, als sie dann auch alles oder sich sicher waren, dass sie dorthin passen und auch die Leute dort zu ihnen passen, dass sie dann was gekauft haben. Denn ich habe es zu Beginn gesagt, die Preise sind nicht gerade niedrig. Ja, das war es von heute zu meinen Plänen, was ich im Alter so vorhabe und wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst, bleib gesund, grüsse aus dem regnerischen Thailand. Blond.